Auf YouTube tanzte sich Just The Motion in Rekordzeit in die Herzen von Millionen begeisterter Fans. Für DK Investments tanzte er aus der Reihe und verdiente Geld dort, wo andere es ausgeben. Und jetzt bringt er ganz Deutschland in Bewegung. Dieser Tanzstil, der ist so außergewöhnlich. Ich muss sagen, es war echt erfrischend. Da kriegt man gleich Lust, selber zu tanzen. Ganz große Klasse. Einmalig, ganz toll. Ganz toll. Ich bin paszilliert. Oh, Immobilienanlagen. Eine Riester-Rente. Bonds. Ich würde es nicht anlegen, ich würde in den Urlaub fahren. Bausparverträge. Ganz normales Sparbuch. Aktien. So die Sachen, die man halt kennt, von klein auf. Die normalen Zinsen. So zwischen 3 und 6. 2. 0,8, 9 Prozent. Also ich bin eher auf jeden Fall ein Anleger dann. Ich glaube eher Stilleger. Weder noch. Ein Ausgeber. Anleger, ja. Wenn ich was wissen will, frage ich meine Sparkasse. Mit dem Tanzen klappt es schon ganz gut in Deutschland. Nur beim Thema Geld anlegen sollten sich viele ein wenig auf die Sprünge helfen lassen. Mit Deka Investments können auch Sie Ihr Geld in Bewegung bringen. Tanzen Sie doch einfach mal in Ihrer Sparkassenfiliale.